Ich habe schon sehr früh angefangen, mir anzuschauen, wie sich die Frauen um mich herum zu essen verhalten. Ich habe keinen Bock mehr zu glauben, dass ich auf eine bestimmte Art und Weise aussehen muss, um glücklich zu sein. Wo sind eigentlich die Bilder von Frauen, die einfach mal essen? Ich fresse eigentlich nie so richtig und es fällt mir auch überhaupt nicht leid. Aber es ist irgendwie so eine Begrenzung, die ich gerne versuchen würde, heute Abend zu fressen. Musik Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017